Musik Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Musik Heute im Studio Jens Riever. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auftakt zu den Olympischen Sommerspielen in Paris. Hunderttausende sind für das Spektakel an die Seine gekommen. Zum ersten Mal findet die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion statt. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017